Ist es möglich, dass Patienten in Träumen den Weg zu ihrer Genesung finden? Kann Hypnose körperliche Erkrankungen heilen? Ist es denkbar, dass Menschen gesund werden, weil einem ein Arzt die Hände aufnehmen? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin? Geist und Seele in der Medizin? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin? Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jesus ist die Macht von Geist und Seele. 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 Wie groß ist die Macht von Geist und Seele in der Medizin?